Alle liebe Leute, heute ist mein elfter Tag hier in der Reha-Klinik im Bergeshügel und das heißt Montag. Die Woche fängt an, die verschiedenen Gruppentherapien haben wieder stattgefunden und ja, auch war Morgan Walking mit dabei im Programm, hilft uns mal ein bisschen wieder rauszukommen, also ein bisschen durch die Wälder zu laufen mit den Stöckern. Ja und dann war schon von der Anwendung war das schon durch, fand ich auch ganz angenehm bei dem Wetter und nach dem Mittagessen habe ich gesagt, ich gehe nochmal kurz ins Tretbecken, also Wassertreten, gut für den Kreislauf und ja und zum Abend, nach dem Abendbrot war hier ein Mann, der hat einen Vortrag über Thailand und Kambodscha gehalten. Der hatte so eine kleine Rundreise von 16 Tagen gemacht und ja, war interessant, waren viele, 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 viele Tempels, also mir war es nicht zum Schluss zu viele Tempels, aber eben, das ist eben so, wenn man in so eine asiatischen Länder fliegt, dann ist eben viel Tempel und Co. Und ja, und jetzt bin jetzt hier, ich gehe gleich nach oben, hier ist gleich noch eine Veranstaltung, da sind zwei Musiker, der eine spielt mit der Gitarre und eine Frau spielt Jukulele und ich freue mich tierisch da drauf, weil wir da noch ein bisschen mitsingen, ich werde gleich nach oben gehen und deswegen habe ich gesagt, ich mache noch schnell mein Tagesvideo, damit ihr weißt, wie es mir geht und das ist in diesem Sinne, mache ich jetzt Schluss und will nach oben. Ciao, ciao!